Guten Abend, liebe Zuschauer. Ab morgen früh geht es rund. Wir erwarten Gewitter und danach wird es am Wochenende deutlich kühler. Viel Regen wird fallen, denn ein neues Regentief hat sich über Großbritannien gebildet. Davor liegt noch unsere Hitze, unsere sommerliche Hitze. Aber die wird verdrängt von einer Gewitterfront, die morgen bereits den Westen erreicht. Und abends und in der Nacht zum Samstag auch den Osten. Heute Nacht, wie gesagt, ist erst noch mal alles in Ruhe. Da passiert nicht allzu viel. Nur ganz im Westen wird es dann morgen früh schon losgehen. Mit Regen, mit Regenschauern, mit Gewittern. Und die werden sich schon am Vormittag in der Westhälfte ausbreiten. In der Osthälfte scheint aber noch mal die Sonne. Es können zum Teil schon heftige Gewitter sein. Sie werden sich auf jeden Fall am Nachmittag verstärken. Da ist dann auch Sturm dabei, Hagel und auch Starkregen. Und diese ziehen langsam weiter nach Osten. Der Wind dabei wird auffrischen vor der Gewitterfront aus dem Südosten. Mit dem Gewittern dreht dann der Wind auf West bis Südwest. Und erreicht so Windstärke 5 bis 6 etwa. In Böen vielleicht auch mal die 7. Die Temperaturen nicht mehr so hoch im Westen. Da haben wir dann noch 22 bis 25 Grad. Aber in der Osthälfte überall noch Temperaturen um die 30 Grad. Das ist am Samstag und Sonntag vorbei. Es wird deutlich kühler. Es bleibt wechselhaft. Aber die Gewitter sind nicht mehr so stark. Ihnen einen schönen Abend und machen Sie es gut. Aber dass die Cloud aus dem Gemüter fürjestel und singen wird es nicht yeah Secret shield. Und das ist ein schönes Hz. Vielen Dank.